Evangelisch sein heißt für mich vor allem beherzt anders sein. Alternativ ein Halbton daneben, wobei ich muss zugeben, ich bin seit 40 Jahren Jugendfreier und als Teenager ist es biologisch, emotional notwendig anders zu sein und eine wesentliche Eigenschaft der evangelischen Kirche ist es, beherzt mit jungen Menschen anders zu sein und so unser Vertrauen auf Gott in Jesus Christus, der als Person beständig für uns da ist, immer wieder neu, immer wieder anders für Menschen da zu sein.